Die erste Sicherung haben wir schon wieder sichergestellt, nämlich von Hanson Square. Ach ne, Sexton Avenue, richtig, von der Sexton Avenue. Tja Leute, und damit begrüße ich euch natürlich recht herzlich zurück hier bei einer neuen frischen Runde Cry of Fear. Ja, wie ich eben schon sagte, die eine Sicherung haben wir doch tatsächlich wieder sicherstellen können, beziehungsweise wir haben uns die wieder zurückgeholt von der Sexton. Und mein weiteres Vorhaben, beziehungsweise von uns das Vorhaben, war ja nun, wir wollten jetzt da hinten nochmal rein. Ich denke mal, dafür werden wir wahrscheinlich diesen komischen, wir haben hier noch diesen Schlüssel von der Ronald Street bekommen. Und hier haben wir soweit schon eigentlich alles gesäubert. Ich bin jetzt gespannt, was weiter hier auf uns so lauern wird. Wir dürfen sehr gespannt sein. Und ich freue mich natürlich. Huch, alter, was mache ich denn hier? Und ich freue mich natürlich. Oh, es geht so rein, dass ihr wieder mit am Start seid. Okay, wo sind wir jetzt? Türen. Alter, das ist ja wieder alles total verwinkelt. Oh, man kommt hier aber nur irgendwo rein, alles gut. Wollte ich gerade sagen, was ist das denn da, die olle Pflanze? Alter. Komme ich hier durch? Wollt eher weniger, wa? Jetzt weiß ich nicht, sollen wir erst runtergehen, oder? Alter, ich habe nur noch drei Schuss jetzt. Wird das so clever, was ich hier mache. Alter, einer auf den Türen. Lass uns hier bloß nix so reinkommen. Momentan ist alles noch ruhig. Aber ich denke mal, das wird nicht lange anhalten. Exit? Hier ist so. Okay, die müssen wir uns mal merken hier. Diese Exit-Tür. Was ist das? Alter, Leute, und die Musik, ne? Das ist einfach der Burner, Junge. Wie ich diese Musik hier feier von Cryo 4, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Immer wieder der Burner schlechthin. Was ist denn das? Ah, das ist voll inventory. Schmeiß mal jemand den Schlüssel weg. Und man dann mal kurz gucken kann, was das ist. You got the Glock Tactical Light. Ah, der Glock Handcrum. Ach, das ist so ne... Ach, das ist so ne Art Lampenaufsatz, ne? Combine damit. Macht er jetzt... Achso, warte mal. Drücke Z. Ach, also... Y? Ne. Warum macht er das denn jetzt nicht an? Hä? Q? V, C, X, Z. Ja, aber er macht ja gar nichts an jetzt. Ach Gott, jetzt hab ich... Ach, warte mal. Moment. Jetzt. Y, genau. Ich hatte nämlich eben darum diese olle Tastatur... Ey. Diese olle Tastatur an. Das Tactical Light... Wat? Verbraucht keinen? Also die geht nicht mehr leer? Alter, wie geil ist das denn? Ey, wer jetzt brauchen wir... Was macht er denn jetzt hier die ganze Zeit? Raus. Lass das jetzt an. So, nun ist gut. Alter, ist ja geil. Warum wir... Huch. Mensch, den Schlüssel hat bald vergessen, wa? Alter. Was hat er denn jetzt für ein Problem hier? Moment mal. Ich glaube, das liegt an meinem Stick hier. Wir haben jetzt keine weiteren... Probleme hier im Spiel. Warum geht denn jetzt ständig dieses Inventar an? Hier, diese... Ich mach doch gar nichts. Okay. Ey, jetzt fick dich gleich mal Spiel. Ganz ehrlich, Alter. So, haben wir nun bald die Schaft hier? Alter. Alles ruhig. Da ist die Exit-Tür. Aber wir wollten ja nochmal nach oben, ne? Alter, dieses Licht ist der Hammer. Hallo? Achso, hier sind wir reingekommen, ne? Genau. Hier war alles zu. Hier schauen wir uns mal nochmal oben um. Alter, ich hab hier... Mit jedem Schritt hab ich hier wirklich immer... Bammel. Da liegt noch eine Knarre. 15 weitere Schuss. Ein weiteres Magazin. Okay, kommst du aber tatsächlich nirgendwo... Ich staune, dass die ganze Zeit so ruhig ist hier. Eine Spritze. Warum kriegen wir jetzt so viel Zeug und... nichts passiert? Okay. Ein runter. Und hier war Exit. Genau. Komm schon. Ja. Alles ist noch ruhig. Aber ich denke mal... Das wird nicht so bleiben, oder? Oh, hallo? Hier geht's nirgendwo rein. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Noch eine. Von da sind wir gerade gekommen. Äh... Äh... Ne. Von hier sind wir gekommen. Alter, Scheiße. Okay. Ach, da bin ich gerade hin. Hier sind noch... ein paar Türen. Und irgendwo geht's rein. Alter. War doch ganz gut reagiert von mir, oder? Ah, noch. Ein weiteres Magazin. Jetzt sieht's doch schon ja eigentlich ein bisschen... besser aus, ne? Ich will hier eigentlich nur noch raus. Bitte, schnell. Danke. Vielleicht. Du hast das Schloss aufgesperrt. Eieiei. Was? Alter. Ruhig durch. Alter Schwede. Noch einer. Die sind noch einer irgendwo? Alter Schwede, Junge. Blutspuren. Alter. Okay, zuhauen kann ich trotzdem noch. Das habe ich gerade ein bisschen vergessen. Jetzt überlege ich nur. Hier führen Blutspuren hin. Ist das denn jetzt hier diese... äh... Ronald Streeter? Noch einer. Stirb. Alter, ein Schuss nur noch. Verdammte Scheiße. Ronald Street. Tatsächlich. Jetzt sind wir wieder in die... in der... Ronald Street. Genau, da war doch dieser Menschenbaum. Alter, wir sind jetzt echt wieder so ziemlich am... Anfang. Wie krass das ist, wa? Ach, und hier ist nämlich abgeschlossen. Okay. Einmal usen, bitte. Mami. Mami. Hallo. Oh. Ah, ich habe einen Schuss. Muni? Alter. Für die VP-70 ist das Munition. Oh nein. Die habe ich nicht mehr. Ach, du heiliger. Äh... Einmal bitte... Ja, komm, nimm den hier. Alter Scheiße, Leute. Wird gerade ganz warm schon wieder. Ich habe einen Schuss. Den kann ich... Ich kann nachladen. Alter Scheiße. Nein, gut. Solange nichts kommt, ist hier... Alles noch in Ordnung, aber... Ja. Wenigstens darf ich auch noch ein Magazin. Oh nee. Nicht schon wieder Hochwasser. Alter Scheiße. Wieso... Ich konnte gerade... Oh, die Leiter hat gestört. Scheiße. Ich muss versuchen, die möglichst gut zu umgehen am besten. Da ist doch noch einer im Wasser. Kann ich jetzt hier rechts oder links lang? Nein! Verpisst euch, Egelhaften! Wohin? Scheiße. Ich weiß nicht, wo lang... Was ist das denn für ein Loch? Alter, warum sind hier so viele Wege? Oh, hier scheinen wir richtig zu sein, aber da geht... Alter! Okay, hier sind wir im Kreis gelaufen. Alles klar. Hier geht es aber noch weiter runter. Da... Natürlich, gehe ich am besten noch 10 Kilometer runter. Hallo? Oh, hier geht es immer wieder nach links und nach rechts. Die sieht man auch immer, wie schlecht. Wo geht es da hinten lang? Ach, hier ist gar nichts. Alles klar. Sack hast du ja. Na, ein Glück. Der Sacker ist mir ja manchmal lieber als... Äh... Da hat da noch irgendwelche Abzweigungen... Alter, was ist... Was? Das ist jetzt kein Bossfight oder was hier? Alter, da sind sie überall. Da ist einer. Da. Kann ich irgendwie am... Nein! Nein! Nein, ach man, was mache ich denn hier? Geht es hier nicht lang? Nein. Ich hänge fest! Ah, Hooligans! Immer in ihrer Wald! Mann, ich drücke auch Laufen die falsche Taste. Rüber hier, Simon. Los! Hopp! Und ran hier. Hoch, 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 hoch! Ah! Ja! Hehe! Toll! Alter! Nein! Was, warte, was? Sind die da unten jetzt oder was? Alter, ich brauche dringend eine Spritze. Komm schon. Ja! Einmal ausrüsten, bitte. Was habe ich denn da noch? Achso, die wird wahrscheinlich aber eh leer sein, ne? Zeig mal eben mal bitte. Da ist natürlich nichts drin. Aber wie gesagt, das Gute ist halt, dass wir, äh... das Handy im Moment gar nicht mehr brauchen, das Handy im Moment gar nicht mehr brauchen, also es wechslicht. Das ist natürlich wiederum cool, ne? Aber ich glaube, hier geht's wieder nach ganz oben jetzt, oder? Oder, 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 oder? Ja, ja, also hier sieht's doch schon wieder ein bisschen vertrauter aus. Auf jeden Fall ist es heller hier. Muss mal kurz gucken, wie lange ich jetzt aufnehme schon. Alles gut. Alles gut. Zeitlich gesehen ist alles gut, aber... Mental geht mir nicht, äh, gerade so. Lass ich jetzt bitte Küm-Post kommen. Hä, wo sind wir denn jetzt hergekommen? Alter, ich hatte lange kein Speichergerät mehr, ne? Alter. Munition und Spritzen und, äh, Speichergeräte sind mir... Echt, was ich zurzeit am liebsten habe. Okay. Die ist blockiert, die Tür. Ein Speichergerät. Ui, 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 ui. Hier, mach mal den. Alter, okay. Gespeichert ist schon mal auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Hier kommen wir... Ein Fahrrad. Da ist noch eine Tür. Die ist zu. Ein Glück, Alter. Ein Glück ist halt hier alles zu. Ein Glück ist das Willen. Ein Glück ist das... Ach, dafür ist die Leiter, ne? Ich werde da in den Fenster mit reinbringen, ne? Haaah! Mann! Alter! Ich kann mich... Ich kann nicht mehr so viel schießen. Da ist noch eine Tür. Magazin! Ja! Warte ich da? Ich wollte gerade sagen, ist da ein Bacon-Streifen? Ein Bacon-Streifen. Die Kartons? Ne, die kriegst du ja, die sind, äh... Ja, aus Titanium. Okay, Leiter können wir aber mitnehmen. Das ist gut. Ich glaube, wir jetzt immer noch einen Platz frei haben, vom Prinzip her. Hin und wieder mal. Nicht, dass hier jetzt auch noch wieder irgendwelche kommen? Ich denke mal schon, dass die dafür... Dafür ist, ne? Zeig mal. Ja. Ach, du Heiliger... Wirst du, warte, warte, warte... Sprechen wir aber vor Freude gleich nochmal ab hier unten. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann gehen wir mal rein hier. Ach, du Scheiße. Ich will gar nicht wissen, wo wir jetzt wieder sind. Ach! Alter, Leute, wir sind komplett am Anfang wieder... ...von diesem Spiel. Alter, ist das krass. Das wäre so weit nochmal zurückkommen, hätte ich gar nicht gedacht. Aber so gar nicht. Okay, und das geht ja eigentlich nur nach oben. Heißt aber nicht, dass hier nichts mehr ist jetzt. Ich kann natürlich wieder... Das ist doch wieder der Mann mit dem Buch, oder nicht? Ha! Das ist wirklich ein Buch! Alter, was will der Typ denn von uns? Ich meine, gut, er ist langsam, ne? Das ist natürlich geil. Jetzt jetzt doch... Sollen wir da rein? Oder wie jetzt? Was war denn das eben? Alter, habt ihr das gesehen? Da war noch eben eine Gest... Das ist die Tür hier. Ach, du Scheiße. Aber hier komme ich ja jetzt nicht hoch. Das hoch springt ja nicht. Wir müssen wieder zusehen, damit wir wieder im... ...im dritten Stock kommen. Ach, du Scheiße, Alter. Alter! 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 Alter, Scheiße! Wie krass das jetzt bitteschön wird! Alter! Ah! Alter, du! Sterb doch endlich! Ich hab... Ey! Ich hab Zugang und alles! Leute! Okay, wir sind... Wir sind angeschlagen. Alter, diese Drehklopfe, ne? Okay, ganz ruhig. Versuchen zumindest. Jetzt sind wir rum, ne? Jetzt sind wir rum. Kommen wir jetzt überhaupt... Kann ich jetzt überhaupt hoch? Ah, nee. Ah, der geht ja gar nicht, der Fahrstuhl. Komme ich jetzt im dritten? Wann, der da? Oh, nee. Nicht wieder so ein Scheiß. Hä? So ein Scheiß-Bett. Zwei! Kommt man hier nicht rein? Natürlich nicht! Okay, eins haben wir. Aber das hat ganz gut geklappt eben. Alter! Aber ich hab keine Muni mehr... Oh, nein! Ich hab keine Munition mehr, Mann. Ah! Das hat wir... Warum? Wo ist du? Wo bist du? Hä? Wo ist das hin? Das war mein letzter Schuss. Ich hab keine Munition mehr, Leute. Wir können hier speichern, aber... Das bringt mir doch keine Punkte mehr jetzt hier, oder was? Ich werde das trotzdem machen. Leute, und wie das hier weiter vonstatten geht... Da doch noch mehr... Sehen wir im nächsten Part. Alter Schwede! Und ich würde mich natürlich freuen... Wenn ihr das nächste Mal wieder... Mit am Start seid... Ich bedanke mich wie immer natürlich an dieser Stelle... Für Zusehen... Für dabei sein... Und sage Tschüss... Bis... Zum nächsten Mal!